Der Roller geht in die Potsdam! Arnie Hengler! Die ganze Flick-Laure ständig nach vorne schiebt! Mit Laures vor Romano Hummel! Und das ist hier der Moment! Die Fikation Arnie Hengler in der Position! Wir kommen heraus, wer darf er da sein? Ich kann nicht mehr auf den Roller. Aber das ist jetzt nicht zuviel! Die drei sind eng zusammen! Zum anderen für Romano Hummel! Die ist gut Arnie Hengler! Und jetzt kommt Romano Hummel von aus! 2.000 4.000 4.000 5.000 Ich bin mir nicht so gut, ich bin nicht so gut, ich bin nicht so gut.